Einen wunderschönen guten Tag liebe Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Modvorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um das Tatra Phoenix Rudolph Pack. Das kam mir vor kurzem im Mod Hapa raus und in diesem Video möchte ich euch gerne das genauer vorstellen. Vorab aber noch ein paar kleine Informationen zu diesem Mod. Ihr findet den Mod aktuell noch unter Neuste Mods oder in der Kategorie Elkari. Der Autor von dem Mod heißt hier HR Forst und Fahrzeugbau und die Modgröße beträgt ca. 18,49 MB. Ist verfügbar in der Version 1.000 aktuell für alle Plattformen. Beim Erstkauf von dem LKW zum Beispiel braucht ihr 14 Slots, jeder weitere Kauf wird mit einem belegt. Bei dem Anhänger braucht ihr 8 Slots, jeder weitere wird mit einem belegt. Dann gucken wir uns das Ganze mal im Shop an. Und da haben wir schon das Tatra Phoenix Rudolph Pack. Der Anhänger und sowohl der LKW kann im Prinzip fast alles laden, außer halt flüssige Sachen oder halt außer Trauben. Hier kann man zum Beispiel Getreide laden, Futter laden, Heustroh, Gras, Steine, Mist, Mineraldünger, Mineralfutter, Rüben, Kartoffeln, Weizen und, 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 und. Sowohl Anhänger als auch LKW. Na, man sieht das ja. Dann fangen wir mit dem LKW mal an. Der Tatra Phoenix Rudolph hat ca. 462 PS, Automatikgetriebe, 440 Liter Diesel, davon 45 Liter DEV, fährt 80 kmh und kann laden im Prinzip 18.500 Liter. Bei einem Leergewicht von 8,3 Tonnen. Kostenpunkt 135.000 Euro. In der Modorausführung, in der Konfiguration, können wir hier wählen, den Tatra als Automatik, den Tatra Stage 1 als Automatik, dann hat er 56 PS, den Tatra manuell mit 462 PS, oder den Tatra Stage 1 manuell mit 650 PS. Oder halt wieder den Tatra Automatik. Wähler sind hier Reifenhersteller, hier von Lizard, Kontinental, Nokian, Lizard. Lizard haben wir hier nur eine Reifenvariante, Wähler, Kontinental auch nur eine, den Crosstrek. Nokian haben wir hier z.B. Wähler die TRI 2, oder die Crown King, oder wieder die TRI 2. Und dann kommen wir wieder hier zu Lizard Implement. Bulbar hat man hier mehr über mit Nein, mit Ja, oder halt mit Nicht, oder halt auch keins. Rundumleuchten am Dach mit Nein oder Ja. Scheinwerferschutz haben wir hier auch wählbar mit Nein oder mit Ja. Sowohl vorne, hinten nicht, also im Prinzip nur vorne, okay. Dann haben wir hier die Abdeckungsfarbe wählbar, also von der Plane oben. In allen Farben, ne, da sind die Geschmäcker total verschieden, was das angeht. Wir nehmen z.B. mal in Rot. Wir können auch natürlich auch hier in Spezial Grün nehmen. Dann haben wir die Kabinenfarbe, die können wir ändern in allen Farben, ne, von Spezial Blau 2, z.B. auf Rot. Oder halt auch gerne in Blau 3, ne. Dann können wir hier noch wählen, den Aufbau von der Farbe her, auch in allen Farben, ne, z.B. auch in Rot. Oder halt auch in Blau. Und die Hauptfarbe können wir hier auch noch wählen, in allen Farben, von Rot z.B. Oder halt auch in Blau, als Beispiel. Felgenfarbe haben wir hier auch noch wählbar, in allen Farben, ne. Von poliertes Metall z.B. auch auf Blau. Oder halt auch gerne in Schwarz. Das Ganze geht alles natürlich auch in Schwarz, ne. Sodass man im Prinzip auch hier Black Beauty hat. Ne, sieht natürlich auch interessant aus. Dann kostet dieser LKW in dieser Konfiguration 140.800 Euro. Dann kommen wir zu dem Anhänger, der DK 280RL. Der kann auch laden 18.500 Liter. Wiegt allerdings 4,5 Tonnen leer. Und kostet 23.000 Euro. Hier können wir wählen, die Reifenhersteller, in der Konfiguration, z.B. Lizard, Kontinental, Nokian oder wieder Lizard. Bei Lizard haben wir hier Implement, Kontinental, Crosstrek. Bei Nokian haben wir die TAEI 2 oder halt die Crown King. Dann haben wir hier auch mehr über die Abdeckungsfarbe von Rudolf Grün in Fargestellfarbe Matt, z.B. Oder halt auch in Schwarz gehalten. Die Aufbau von der Farbe ist hier auch wählbar in allen Farben. Von Fargestell Matt, z.B. Auch hier auf Blau, z.B. Die Hauptfarbe ist wählbar in allen Farben von Rudolf Hellgrün auf Rot. Und die Felgenfarbe könnt ihr auch noch wählen in allen Farben von poliertes Metall, z.B. auf Schwarz. Können wir hier natürlich auch alle sind schwarz machen, auch die Abdeckung. Da habt ihr im Prinzip komplett Black Beauty, alle sind schwarz. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Da kostet der Hänger, z.B. mit diesen Konfigurationen, 28.300 Euro. Hier haben wir mal ein paar LKWs hingestellt. Mit Farbwahl, ohne Farbwahl, mit Prinzip Bulba, mit Licht oder halt ohne Licht. Und ein paar Anhänger, z.B. auch mit Farbwahl oder ohne Farbwahl. Man kann sich da dann natürlich aussuchen, wie man die haben möchte. Da haben wir aktuell hier noch einen hingestellt. Und den möchten wir jetzt gerne mal ausprobieren. Dann haben wir erst natürlich das Licht. Zwei links und zwei rechts vorne. Seitenmarkierungsleuchten für rechts und für links. Sowohl hinten das Licht. Dann haben wir hier hinten Blinker rechts, vorne Blinker rechts. Dann Blinker links an der vorne und hinten. Dann haben wir natürlich noch die Scheinwerfer vorne. Die sind auch wieder sehr hell, wie man das sieht. Sowohl oben am Dach als auch unten. Acht Stück. Da können wir auf jeden Fall sehr viel ausleuchten. Und natürlich die Rundumleuchten am Dach haben wir ja auch am Start. Plane können wir ja auch öffnen und schließen, auch wenn der LKW aus ist. Im Prinzip mit L1 und Steuergrund nach links. Und dann können wir hier noch wählen, R1 und L3. Da können wir hier wählen, den Lenkmodus. Entweder Vorder- und Hinterradlenkung. Dazu brauchen wir aber den Motor. Dann starten wir mit dem Motor auf jeden Fall. So hört es sich an, aktuell. Wie gesagt, Abdeckung haben wir ja schon. Mit L1 und Steuergrund nach links. Dann haben wir hier wählen wir L1 und R1. Und Dreieck für hier entladen, zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch mehr über die Abkippseite mit R1 und Steuergrund nach unten. Zum Beispiel hinten, Kornschieber, links oder rechts zum Beispiel. Und dann haben wir hier noch mehr über R1 und L3. Da haben wir aktuell im Prinzip Hinterachslenkung und Vorderachslenkung. Oder wir können das Ganze wählen, dann nur die Vorderachse. Oder halt wieder Vorderachse und Hinterachse. Rückfahrleuchte haben wir auch wieder. Mit dem Rückfahrton. Und dann hängen wir mal zum Beispiel mal den Anhänger her. Auch hier wieder auch mit Plane. Da haben wir auch wählen wir hier die Abdeckung. Hier ist jetzt aktuell die Tastenkombi L1 und Steuergrund nach oben. Für auf und zu. Dann haben wir hier auch hier entladen. L1, R1 und Dreieck. Oder halt die Abkippseiten wählen hinten, Kornschieber, links oder rechts zum Beispiel. Und man sieht glaube ich hier, dass die Stifte auch automatisch rausgehen. Das ist auch sehr schön gemacht. Je nachdem in welcher Abkippseite man kippen will. Das Ganze natürlich auch hier wieder mit Licht. Das normale Licht, dann wieder Rückfahrleuchten, Blinker rechts, Blinker links. Und dann haben wir im Prinzip alles zu, was wir halt auch brauchen. So, dann fahren wir im Prinzip hier mal so drunter. Und können zum Beispiel mal Weizen laden. Nur mal so als Beispiel Weizen laden. Einmal in den LKW und einmal in den Anhänger. Können wir auch mal ein bisschen Weizen laden. Dann können wir im Prinzip hier komplett mit dem LKW und dem Anhänger mal fahren. Von der Fahrdynamik her fällt es sich auch sehr top. Und jetzt schauen wir das Ganze mal hier mal an mit dem Abkippen. Wie gesagt, natürlich die Abkippseite Weiber. Rechts, links, hinten Kornschieber. Wir wählen zum Beispiel mal links aus. Und dann können wir das Ganze abkippen. Können wir das Ganze mal so lassen. Dann wählen wir mit dem Anhänger aus. Den können wir auch wieder abkippen. Zum Beispiel. Und dann können wir auch zum Beispiel hier mal gucken, wie der Abkippmechanismus ist. Ob hier zum Beispiel auch alles stimmt. Und ob alles hier so seinen richtigen Platz hat. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Beim LKW sind die Schrauben hier und man sieht die Halterung hier rot. Einmal hier und hier ist rot. Und bei dem Anhänger sind sie zum Beispiel schwarz-geil. Das ist auch immer ein Unterschied mit den Hydraulikzylindern. Was auch wiederum sehr interessant gemacht ist. Und wenn man das Ganze betrachtet, ist dieser in einer Kugel drin, in einem Gelenk drin. Da kann man halt wählen, wo man abkippen will. Links, rechts, hinten. Sowohl beim Anhänger als auch beim LKW. Das ist auf jeden Fall sehr interessant gemacht. Hier sieht man das auf jeden Fall noch besser. Weil der jetzt sehr rot ist. Und muss sagen, auf jeden Fall wieder ein interessantes Modpack. Wenn ich den Motor jetzt ausmache, passiert folgendes. Da gehen beide automatisch runter. Zack. Das ist auf jeden Fall cool gemacht. Mit dem Licht, Tatra. Ist auf jeden Fall ein Modpack, das ich euch sehr empfehlen kann. Falls ich jetzt mal was vergessen haben sollte. Oder ihr mal Fragen habt. Oder gern mehr. Schreibt es mir doch gerne bitte in die Kommentare. Das war es alleine schon von dieser Modvorstellung. Ich hoffe, euch hat das ganze Video hier gefallen. Über Feedback würde ich mich gerne freuen. Besucht uns gerne noch auf Twitch oder gern auf unserem Discord-Kanal. Da sind wir gern auch unterwegs. Und wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.